Untertitelung des ZDF, 2020 Es war der Mainstream der 2003-2004 Jahre, parteiübergreifend, unsere Studierenden sind zu alt, wenn sie die Uni verlassen. Wir müssen schneller werden. Und ich habe einfach mal vor Ort bei mir in Aachen, Stadt und Kreis, Schulleiter eingeladen. Und da sind manche, die sagen, jetzt läuft es gerade mit G8, lasst uns bloß in Frieden. Macht nicht schon wieder alles neu. Und andere sagen, bei uns läuft es nicht, wir hätten gerne wieder G9. Und deshalb sage ich, man kann es so und so gut machen. Die Schulen haben andere Probleme als dieses. Und wir wollen deshalb die Schulen wählen lassen. Hessen hat das so gemacht. 60% macht G9, 40% G8. Und damit, finde ich, macht man eine sachgerechte Lösung, die dann auch vor Ort tragen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.